Böbel, höret, was Großinquisitor Heiko Maaslos zu verkünden hat. Ich verurteile diesen Mann, weil er sich zu Deutschland bekennt. Er fordert Grenzkontrollen und sagt, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist. Er fordert Meinungsfreiheit für Patrioten und will nicht, dass der Islam und kriminelle Ausländer Deutschland beherrschen. Diese Umtriebe... Volksverräter, du! Volksverräter! Ha, ab! Schurke! Ha, ab! Wer uns Demokraten als Volksverräter bezeichnet, bedient sich der Sprache aus der schlimmsten Zeit unserer Geschichte. Die NPD lässt sich nicht mundtot machen. Niemand kann uns verbieten, die Wahrheit zu sagen. Wir wollen Meinungsfreiheit und wir verteidigen unsere Heimat gegen Masseneinwanderung und islamistischen Terrorismus. Helft auch ihr mit eurer Stimme, damit dieses Land auch morgen noch ein freies und deutsches Land bleibt. Ja! 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 Wahl zum Bundestag 2017. Sie sahen Wahlwerbung. Ja!